So Hallöchen ihr Lieben und schön das ihr wieder eingestanden habt. So als das ein Squeed, Liberation HD. Ich weiß mal, hört meine Stimme jetzt ein bisschen kratzig. Liegt einfach daran, dass ich frisch aus dem Bett bin und mir gedacht habe, komm jetzt machst du erstmal eine Aufnahme, bevor du irgendwas anderes machst. Jetzt ruckelt das schon wieder. Mehr, mehr, mehr als genug. Ah, was man scharzt, den tun wir auch noch mit. Juuu, was er denn? Äh, Wasser? Nee, da drin. Also, dass das Spiel machen wir so ruckelt, Leute, ich weiß nicht, an was es liegt, ja. Aber es liegt auf jeden Fall nicht am PC. Ich denke mal, das Spiel hat ein bisschen eine Macke, also entschuldigt bitte die Ruckler. Ja, so kommt man da rein. So, dann haben wir den Verlust wieder ausgeglichen. Zap, zap, zap. Das tat jetzt nicht wirklich weh, oder? So, nächste Mission. Äh, 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 äh. Wenn du ihn aufhältst, werde ich helfen. Ja, sein Schatten reicht weit über die Ufer des Bonchartrensies. Er ist in Besitz eines Giftes, von dem du dich nicht erholst, niemals. Ich gebe dir ein Gegengift, doch es eliminiert das Gift nicht. Es mindert nur seine Wirkung. Die Zeit ist knapp. Du musst es sofort nehmen. Sorry. Ah, dann, verkleiden wir uns mal. Ich finde ihn ja schon cool gemacht, mit dieser Umkleidung, irgendwie. Dann ab in die Sklavin. Äh, 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 äh. Wie lange arbeitest du schon mit Rossio? Jahre. Ist der dein... Na ja. Oh, oh Gott, nein. Nein, nein, verstehe das nicht falsch. Ich würde ein Auge für ihn geben. Aber der in meinem Bett nie. Und wäre der letzte Mann in Nouvelle-France. Woher kennst du ihn? Tous... Roussillon rettete einst mein Leben. Vor langer Zeit. Ich dachte, ich schulde ihm was. Also half ich ihm, sein Geschäft aufzubauen. Der alte Teufel zeigte mir ein paar Tricks und lernte mich an, wenn du verstehst. Natürlich mache ich die ganze Arbeit. Nun, hier ist es. Das Reich der Toten. Rech? Ich heime dich was. Reich der Toten? Klingt nicht nett. Wenn du dein Wort hältst. Keine Sorge, Signor. Mein Lehrer war... Ich weiß nur zu gut, wer dein Lehrer war, Baptiste. Vergiss nur nicht, wen deine Loyalität gehört. Ich werde euch nicht enttäuschen. Das rate ich dir auch. Ich werde euch nicht enttäuschen. Meine treue Gefolgsleute steht bereit. Es ist nun Zeit für unser Ritual. Ach, die kann das auch. Oh, der Sprung wird glaube ich zu knapp. Oh, der hat die Klappe. Muss immer jemand dabei sein, der Krach macht, oder? Oh, der hat die Klappe. Oh, der hat die Klappe. Ich gehe hinten herum und sorge für Ablenkung. Warte darauf, bevor du loslegst. Oui, oui, mein Kapitän. Oh, der hat die Klappe. Oh, der hat nur einen Arm. Oh, der hat mir erwischt. Oh, der hat die Klappe. Oh, der hat die Klappe. Also ist er hier, wie ich vermutete. Agathe war einst mein Schüler. Ja, wäre da nicht diese Diebin gewesen. Wer bist du wirklich? Der wahre Macandal starb auf dem Scheiterhaufen. Ach so, du kennst die Geschichte. Nun gut. François Macandal war mein Mentor und Assassine. Er versagte. Sie verrät uns und er sterbt. Ich werde diese Fehler nicht machen und sein Schicksal erfüllen. Das Gift versagt? Schnell, präzise. Meine dukische Brüder hat sie gut ausgebildet, aber sie wird unsere Pläne nicht stören. Oh, shit. Oh, shit. Ah, verdammt. Ich dachte, wir schaffen es beim ersten Mal. Und dann auf ein neues. Das war so. Ey. Ey. Schnell, präzise. Meine dukische Brüder hat sie gut ausgebildet. Aber siegf wir uns auf Planen nicht stören. Oh, oh, oh. 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 Oh, oh, oh. Ahaha. Idiot. Oh, es kommt runter du Feigling. Dann kümmere ich mich selbst zum Tisch. Die Ceremonie geht weiter. Du kannst sie nicht stoppen. Wenn ich mit dir fertig bin, werde ich deinen Mentor töten. Ich bin gespannt. Boah, das war aber einfach. Tut mir leid, falscher Makandal. Aber du hast es verdient. Du deine Hand, verrat mich Agathe ein allerletztes Mal dein Medaillon. Ich kenne es gut. Das erste Mal, als Agathe mich verriet, war es für diese Frau. Die Diebin. Sie trug genau so eines. Wer war sie? Sag mir ihren Namen! Sag mir ihren Namen! Ja, zu spät. Hier ist etwas, das du nicht wissen solltest. Jedenfalls, den obersten Rat kann ich nicht. Ich helfe dir, die Wahrheit zu entdecken. Wer auch immer das war. Ich helfe dir, die Wahrheit zu erinnern. Dublin ist es nicht so, dass jeder Herrschlofe Hare leer bin. Du selber kannst dich, oder? Der Adel von New Orleans wird am Gift verendet und die Sklaven werden gerecht. Das Werk meines Mentos ist vollfrackt. Und die Kontrolle über den Fluss fällt an die, die ihn zu nutzen wissen. Dann werde ich in den Templar-Orden eingeführt. Wie vereinbart, wenn du dein Wort hältst. Keine Ahnung, Senior. Mein Lehrer war... Ich weiß nur zu gut, wer dein Lehrer war, Baptiste. Vergiss nur nicht, wem deine Loyalität gehört. Wieso lebt der wieder? Ich werde euch nicht enttäuschen. Das rate ich dir auch. WTF, Leute. Er lebt wieder. Meine treuen Gefolgs, Leute. Steht bereit. Es ist nun Zeit für unser Ritual. Muss ich ihn jetzt nochmal bekämpfen? Oh, er stürmt aber ganz schön. Ich hoffe, bei euch ist es nicht so schlimm. Wenn ich jetzt rausgucke, wo auch. Hey, wo sind denn die Zettel? Da ist einer. Muss ichey... Wo müssen was ich jetzt? und Kleidungsraum So und sehen wir mal die Assassinkleidung wieder an Nein, ich wollte auf die Map Haben wir ja noch ein paar Minuten Was ist das für ein tofen Kopf? Da sollen wir hin Gibt es hier irgendwie sowas wie eine Schnellreise? Da war wieder ein Ruckler Ich bin schon ein Ruckler Das ist doch ein Ruckling Das ist doch ein Ruckling Der ist schon ein Ruckler Ja, ich bin schon ein Ruckler Das ist doch ein Ruckler Ich komme mir ein bisschen vor wie bei Crocodile Dundee, wisst ihr das? Was, da gibt's durch? Gibt's ja gar nicht durch. Wer oder was steht da? Ach, ein Dieb, Händler wahrscheinlich. Schauen wir mal kurz rein. Was bringt mir die? Oh, ab doch das Bayou zu unserem Ziel. Hab eh das Gefühl, dass es raus aus dem Bayou führt. Zack, zack, wir kommen ja dem Ziel schon näher. Oh, wir sind fast da. Kann man da nicht hochklettern? Ah, hier. Hopp, hopp, hopp. Ach, die Hütte kenne ich doch. Das ist doch unser Freund. Was ist er denn? Noch weiter oben? Ja, da ist er. Hi, mein Freund. Agathe, ich habe getan, was du wolltest. Der Betrüger ist tot. Er arbeitete für de Ferrer. Hm. Was hast du noch erfahren? Nur, dass er dich aus deinem Versteck locken wollte. Seien wir dankbar, dass es nicht dazu kam. Sonst wer die Bruder schafft. Denken wir nicht dran. Du hast das Vespennest im Bayou ausgeräuchert. Zumindest fürs Erste. Der Ferrer schlägt sicher zurück. Okay. Sequenz 2, volle Sink. Die Erkenntnis, dass Agathe ihre Mutter Geraden kannte und er ist das Jahr lang erheimlicht hatte zu einer angespannten Beziehung zwischen Mentor und Schützling. Nun, da die Ferrer wieder in New Orleans ist, verdoppelt Aveline ihre Bemühungen, die Bürger zu schützen. Interessant. Sehr interessant. 1768 New Orleans. Drei Jahre vergehen. Die französische Kolonie wird an Spanien übergeben. Die Geschäfte florieren, bis die Kolonisten... Äh, konnte ich nicht fertig lesen. Oh, wir sind wieder eine Lady. Jiii Ratten. Jaaaa! Nein, Spaß. Ähm. So, ihr Lieben. Wir sind schon wieder bei 23 Minuten angekommen. Dies bedeutet, wir machen in der nächsten Folge weiter. Bis dann, euer Blacky. Die nächste kommt, denke ich, wieder in einer Woche. Und tschauzen. Und ich bin raus. Wenn es euch gefallen hat, übrigens. Dürft ihr gerne ein Like oder Kommentar da lassen. Oder sogar, wenn es euch sehr gefallen hat, ein Abo und ein Teil der BP Family werden. Tschauzen. Ähm. . .